Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Let's Play Counter-Strike Global Offensive mit dem Sascha. Hier ist er. Moin moin und natürlich dem Scrawl. Hallo. Hallo, ich bin... Hallo. Er geht B, dann gehe ich auf jeden Fall A. Ja gut, dann gehe ich auf B mit. Ja, mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Ne, ich gehe Mitte. Willst du ihn allein B lassen? Purple guckt mir da rein, das ist okay. Ja, das müsste eigentlich klappen. Es ist A, es ist A, es ist A, ole, ole. Noll. Sascha, mach die Headys. Klick sie weg, Sascha. Klick sie alle weg. Mit ist der Shit. Der pusht dich hier, der pusht dich. Ich habe keine Muni. Ich habe einen. Warum pusht der mich? Nein, nicht dich. Ich bin schon wieder eine komische Fahrer, ich bin Orange jetzt. Wie hat der mich denn jetzt erwischt? Oh, mach. Ach, komm. Verdammt, hey. Der Letztes ist hier hinten irgendwo auf Spot. Ich habe 76 Schaden gedrückt. Ich bin... Ich bin... Ja, er hat ihn genacht. Oh, wow, der Gelbe, der hat echt ein tolles Mikrofon. Warte mal, ist... Was? Ist jetzt alles abgesehen von der Bombe auf A? Oh. Oh, ernst. Ja, dann gib mal A noch vielleicht B? Ja, nur 20 HP. Ja, was sag ich? Ich werde jetzt erstmal Gelb muten, der ist ein bisschen zu laut. Lachen. Der ist Kitchen? Okay, okay, er ist tot. Lachen. Dann defuse mal. Jetzt nehmen wir mal noch schnell einen Kaffee. Das, was du mit Energydrinks... Komm, äh, komm, 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 komm. Mir fällt das... Komm, komm, komm. Ja, es ist heute so warm, da braucht ich was Kaltes. Da kann man auch einen heißen Kaffee. Lachen. Joa, läuft. Kompensierst. Ein Schluck Kaffee und schon läuft's besser. Hehehe. Falls du nicht kon... achso, nee, kompensierst, stimmt schon. Ja, richtig. Witz, witz. Ich wollte gerade nachfragen, ob du nicht konsumierst meinst, aber... Nee. Ja, aber konsumierst wäre auch fast richtig gewesen, Sascha. Aber kompensieren ist in der Hinsicht dann doch ein bisschen richtiger, glaube ich. Wir diskutieren hier gerade wirklich über... Deutsche Grammatik. Deutsche Gramm... nein, naja, Grammatik ist es nicht. Äh, dieses A, dieses A. Sicher? Nicht. LOL. LOL! Alles klar. Geben sie sich jetzt erstmal gegenseitig die Headys. Alles klar. Wo, 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 wo ansagen? Äh, zwei Palace... Und einer Treppe noch. Hab einen weg. Stairs. Ja, ich bin tot. Äh, der letzte müsste Palace, okay. Tot. Der letzte müsste tot sein, das ist gut. Ja gut. Wollt schnell umpassen? Ja gut, äh. Ja gut, äh. Ja gut, äh. Oh, das ist nicht die Famas. Die Famas. Warte mal, was hab ich eigentlich inzwischen? Ich glaub, ich hab sogar deine Famas inzwischen drin, Sascha. Was? Die du mir geschenkt hast. Die hast du nicht, die hast du nicht in deinem Gewinnspiel vergeben? Die wollte niemand. Dann hast du die Survivor-Z jetzt drauf, oder was? Den Stub-Tracker. Ja, ja. 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 Ich bin mir noch nicht auf der Vorzins. Mitte hat's gerade Ansage gemacht. Ja. Bleib mal noch Vorsicht, aber auch. Ich hör Steps auf Mitte. Oh ja, da ist Mitte einer. Der wollte auf mich schießen. Der steht hinten in der Ecke. Ja, ja, ich hab's. Ich hör unten Keller. Nice. Alter. Der hat mir ordentlich gedrückt. 65 hab ich ihm gegeben. Scheiße, ich hab ihn nicht mehr ganz gekriegt. Warte mal. Ja. Der ist schon. Ja, alles klar. Ist down. Damit haben wir die Bomber. Bommeldichter. Puh, ja. Nice. Oh Leute, ne geile. Geil. Hallo. Oh nein, da lag ne AK. Alles klar, M4. Nehm ich. Und der Stevie spielt euere Truck Simulator. Jawohl. Alter, dieses Spiel, hä. WTF. Scroll, magst du mir was droppen? Herzlichsten Dank. Ich, ich... Bitte. Heute bin ich echt... Boah, heute ist so'n Tag, ey. Brainer AFK des Todes. Das liegt daran, dass ich Mittagsschlaf gemacht hab heute. Hundertprozentig. So, was... Oh nein, boah. Hast du... Bist mal wieder Noob, Sascha? Nein, nein, die Smoke war Premium geworden. Mit der Autosniper. Sniper. Ist was auf A? Ist was auf A? Boah, halt's Maul, Alter. Ich versteh nix. Steps B. Steps B. Steps B. B, 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 B. Yes. Go. Double kill auf B. Ab 1, Mitte weg. Ich versuch die von den Apartments zu forschen, wenn noch mal jemand ist. Ja, die sind in Apps auf jeden Fall noch drin. Oder im Keller. Ich hab grade Steps gehört und bin an den Apps halt gewesen. Da ist einer. LOL. Alles klar mit der Scout in One-Click. Natürlich. Wenn's nen Headshot ist, klar. Ja, aber im Sprung. Ich stand Mitte. Der ist hochgesprungen. Hat mir nen One-Click gekriegt. Ja, aber der Scout verziehst du nicht. Ja, aber der hat mir... Das kann nicht sein. Der hat mich zum ersten Mal gesehen. Hat mir direkt nen Handy geklickt. Alter. Entweder war's nen richtig Lucky-Shot. Oder... Hex on. Wo ist denn der letzte? Hört sich irgendwie nach Jungle an. City, 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 City. CT. Der ist ja gut. Ja, der andere fightet schon. Und trifft nicht. Er macht Auerfeuer. Alter. Boah. Der hat grade richtig hart sein Magazin-Day geschossen. Jetzt willst du die AWP haben? Ja, meinetwegen. Drop mir, wie möglich. Hast du mir jetzt was gedroppt, Junge? Du hast doch die Famers. Oh, ja. Ja. Du spielst doch... Warte, jetzt bin ich... Wird. Warum? Ja, weil ich mir grad die Famers gekauft hatte und mir jemanden M4 gedroppt hat. Ohhhh, Flash von Palace. Ohhhh, Flash von Palace. Oh ne. Maybe... Decay. Hui! Alter, hat mir direkt nen Header gedrückt oder sowas. Und jetzt wüsstet ihr wie ich von dir in den Palace reintreffe, oder? Stay at speed, stay at speed. Made a shit. Habt ihr schon safe was auf A außer einen? Ohhhh, noch einer auf A. Ich muss recht dev spielen. Ich hab nur noch 30. Ja, wenn du's du brauchst, sag Bescheid hier. Bombe down auf A. Nice, gute Arbeit. Aber scheinbar wirklich alle Palace. Keiner ist über Tetris. Und Bombe ist auf A, Spot gedroppt. Deck mal Mitte ab. Flush rein. Schön. Oh, ein bisschen greedy irgendwo. Setz doch auf A. Hab ihn. Nice. Wunderbar. Oh, guck mal. Sascha, willst ne AK? Ne, relativ geile AK. Ne, ne, ich bleib bei deinem 4. Ne, ne, ich bleib bei deinem 4. Guck mal, welche ich hab. Ich hab die Lachs AK. Drück mal G. Hm, find ich persönlich nicht so geil. Willst du die M4? Okay. Nein, ich kann mit der M4 inzwischen irgendwie nicht mehr so wirklich gut spielen. Also mit der, mit Schalldämpfer. Zumindest kommt's mir so vor manchmal. Okay, K in der Mitte. Alles klar, ich geh Mitte. Mit der AK. Ich geh aber bei dir in der Mitte. Ich geh aber bei dir in der Mitte. Sieht mir noch B aus. Die kommen bitte. Oh lol, alter. Oh lol. Das ist mal unser Mate. Ja, der hat, der hat die Bombe schon gelegt. Die Bombe liegt schon. Ach komm, da drückt mir die Arme wieder. Ah, scheiße. Meter. Don't take, please. On the right. Yellow, on the right. Nein, nein, guck nicht, guck nicht. Oh lol. Hast du aber ich nach vorne vor gepusht? Der hat die Steps gehört. Ja gut, das... Ich hatte ihn grad auf dem Laut zugeguckt, aber wusste ich davon nichts. Nice. Der war gut. Alter, Flasch. Aber die haben vermutlich die Bombe, wa? Au! Der Typ, der drückt so hart. Wo rennst du'n jetzt hin? Er geht schnell, er geht B. Er geht B. Er hört nicht. Gut. Ah, da, da, da. Ja, ja, ja. Alter, tricky, tricky. Der hat die AW, alter, pass auf. Ach komm. Ach komm. Oh. Alter, der baitet er aber richtig... Oh lol. Junge, baite nicht so hart. Plättern, plättern, plättern. Jawohl. which one to kill theود There was 뒤에 am gut takes. You don't take it away. Du... Da hat er ganz schön gebaited teilweise, äh. Alterschalter. Haben wir alle genug Kohle? Haben wir... Ich hab am wenigsten Kohle von uns, is klar. Na ja das... Sascha... Das ist nicht so gut. Ich hab... Aber ich bin sogar positiv. 5.3. Das geht sogar noch. Ja, 8.3. Oh, are we dealing with sneaky wiki? Ich höre den Spruch einfach awesome Flash bei A, wenn ich mich nicht verhört habe Könnte aber auch Mitte gewesen sein Haben wir jemanden Mitte? Nicht, ich komme Mitte Man ist Shit Bombe ist A Ja, Bombe ist zurück zum T-Spawn Ja, einer ist beim T-Spawn Beistehn in der Tetris drin Purple kommt auch mit, wir pushen T Okay, Purple stirbt Ah, fuck, dies scheißige Wort Doppelkill Bombe down, T Einer müsste noch T-Spawn sein T-Spawn Ne Ah doch Noch einer Tetris Bomb T-Spawn Letztes Tetris, geht Richtung T-Spawn Komm zum T-Spawn hin Nein, ich stelle mich mal Safer hin Ich habe keinen Bock zu sterben, ich habe noch 2 HP Oh mein Gott, untertreffe ich ihn dann nicht 38 habe ich ihn gedrückt He's going T-Spawn Ja, ich bin zu low, ich baite da jetzt nicht rein Oh, warte mal Da, 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 hat er ihn gesehen? Ja, komm Was machst du denn? Oh mein Gott, das wird doch nichts Kommt der unten oder oben? Das wird doch nichts, warum gehst du denn in den Zoom? Unten oder oben? Was? Hit 23 Display time Walk away AVP Palace, Palace Command & Palace Oh mein Gott, da aimst du auf den Leichnam, du siehst doch überhaupt nichts Ich aime nicht auf den Leichnam Was? Bei mir bist du genau auf der Leiche drauf I think Gut, die Rune geht an uns Yeah, he's saving Counter-Terroristen gewinnen Erstmal die Waffe angucken, gell? Alter, ich hoffe dir ist klar, dass ich noch 2 HP hab, du gelber Spunk Elf 3 Ja, nur noch 5 hier Ich muss mal wieder was reißen jetzt Ja, holen wir uns mal noch eine Flash Wir fühlen 7-0 Ja Ich weiß gar nicht, dass es so eindeutig ist Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin Aber jetzt hast du schon gesagt, jetzt wirds Nicht mehr gut gehen Äh, Smoke vom Gegner auf A Ey, ey, komm ey Okay, die pushen Ja, mal umfallen Die pushen mich weg, die pushen mich weg Ja, komm, komm, Mitte raus, komm Mitte raus Ja, die planten auf A Ja, die planten auf A Ist okay Oh leil, der hat mich getroffen, ey Hab ihn Nice Okay, wir sind jetzt zu zweit hier drin im Main Geh hoch Hab ihn Nice Geh auf Spot, geh auf Spot Ich bin Tetris Tetris, safe Oh, ne, das ist unser Mate, sorry Das ist unser Mate Ah, hinten, gute Arbeit Gut Good job Alles klar Schon besser Hier Weil der Gelb ist noch nicht einmal gestorben, what the fuck Ja Läuft bei ihm Ich finde es schade, dass man sich die Granaten nicht angucken kann Willst du auch noch Granatenskins, oder? Ja, ich will auch noch Granatenskins Lol Alles klar Hä, wie hat er sich selbst einen Headshot verpasst? Hä? Er ist durch einen Headshot gestorben und hat sich selbst ihn verpasst? Oder hab ich mich gerade verkockt? Ja, B Ja, B Da, ich kenne eine Grenade für euch Aaaaaaah Ja, das ist der Sniper Das ist der Sniper, B Was ist das, das ist der Sniper? Einer kommt nach hinten zum T-Spawn Die sind drin im Ding Hab die Autosniper daumen Push it to the limit, Sascha Jawohl Ich habe gar niemanden gesehen, ey Null Ah, hier liegt eine Leiche Oh, zu der Autosniper komme ich leider nicht mehr hin, das tut Warte mal, die wollen aufgeben Das andere Team stimmt darüber ab, äh, blablabla Ab aufzugeben Warte mal, wie lange geht die Folge? Die Folge geht eine Viertelstunde Oh bitte, Leute, das könnt ihr doch nicht bringen Tut's für die Zuschauer Wenn das hier ein Up-Rank-Match ist, dann lade ich es trotzdem hoch, egal wie bekinnackt es ist Ich lade es auch so hoch, wenn es kein Up-Rank-Match ist Die wollen noch einen Äh, die sind Palace, Palace, Palace Wo ist denn die Smoking geflogen? Achso, das war... Haben die eine Negev Weiß ich nicht Oh mein Gott, da ist auch was vor drauf NEIN Ach komm, der Bot mit der Negev Äh, Tetris kommt jetzt zu Stairs Ich hab gereloadet Der braucht so ewig lang mit der M4 zu reloaden, da ist die andere besser LOL Ja, ich war nice Good Job, man Good Job Yes Jetzt weißt du auch warum er nie gestorben ist Er hat mich doch überholt Was ein Penner Ich bin gleichgezogen mit dir, du Dreh dich mal ein bisschen an, Junge Ich hab die letzten, die letzten, äh, ich glaub zwei Runden echt niemanden gesehen Und, ja, jetzt geben sie wieder auf oder sowas Ja, das war schon schade eigentlich Aber jetzt sind es wenigstens schon 16 Minuten Jetzt ist es gerechtfertigt als Folge gewertet zu werden Ich hoffe, die pushen jetzt mal B wieder Es ist halt scheiße, wenn die immer A kommen, dann krieg ich auch keine Kills Ja, B-Steps Jetzt rennen sie wieder zurück Och, das könnt ihr mir doch nicht antun, Leute 1 underground hit 42, kommende Connector Warte, Connector? Underground, bomb, bomb underground Bomb underground Bomb underground Nice So Bomb drop underground BAM! Triple kill Good job Thank you Bist du, du Lappenharschal Sascha, hier Wir führen wieder Ja, wow Hast du so die Mainz-Rangliste, ja Ja, ich mein Rangliste Oh, 16-4, nett ist das, Junge Ja, kann man schon mal machen, oder? Man merkt halt doch eindeutig, dass wir eigentlich nicht mehr Goldnova 2 spielen sollten Aber irgendwie halt, irgendwie halt zu wenig zocken dafür, dass wir höher gerankt werden Und was kann man machen, ne? Aber irgendwie halt zu wenig zocken dafür, dass wir höher gerankt werden Letzter könnte planten Okay, scheiße Ah, ich würd ja behaupten, ein Comeback is real bei denen Nein, nehm doch die SG mit, ich wollt sie ja haben Sascha, also du kannst... Na Das wird mir die Stub verhauen Du kannst ja nichts sagen, du bist ja eigentlich hier Mega gut, also du läufst ja auch hier mega gut mit deiner M4 Mit 13-6 Ja, stimmt schon Sascha, ich will's ja Ah, ne, ich sag das jetzt nicht, ich sag's erst am Ende Okay Will ich wissen, was du sagen willst? Ja, 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 du willst wissen, was ich sagen will Midel Ja, das ist frei Okay Midel Midel Ich pushe vom T-Spawn Beile dich, beeile dich, beeile dich Die wissen, dass ich hier bin Oh, 2, 2 guys every 2 midel Okay, hab einen weg von der AWE Gib Gas Da, er guckt Er guckt auf mich Loll, ich hab mich selber weggegeben. Lass mir den Wecksnack, ist frech. Loll, der ist direkt unter dir. Loll. NEIN, ich treffe ihn nicht! Das ist das Underground. Ja, lass auf B verschieben. Ja, mach ich schon. Warte mal, das ist voll der Umweg, den ich hier lauf. Halo, please stay A. FUCK! Still in the apartments waiting. Ja, Display time. Ah, he's going B or Underground. Ja, der rennt nach Underground hin, auf jeden Fall. Die steps hast du gehört, dass er nach links weggerannt war? Ja, der greift auf B, das ist eine letzte Chance. I think Underground, echt. Oh, wow. Alter! Sehr gut. Und Skoll ist tot. Nein. Dass er doch deine Beine sehen kann. Ja, mein Gott. Beine ist nicht One-Shot. Er hatte noch Zeit für einen Schuss mit der Awe. Dann wär ich nicht dran gestorben. Ich sag's ja nur. Sascha! Nein! Doch, sag ich wohl. Ah, ja. Alter, der Lila ist mal richtig scheiße bei uns. Warum macht der denn jetzt so ein Bullshit? Warum, was macht der denn? Nach einer Brandgranate. Von meine Fresse. Oh mein Gott, da ist jemand drauf. Okay, ich glaub mal A ist der, A ist der Place. Nee, nee, das ist der Blitze. Alles klar? Oh, Magazin ist leer! Gut, dass ich erstmal auch geflasht wurde. Naja, die verschieben auf P. Ah, aber wir haben die Bombe. LOL. Das ist der letzte. Der steht da irgendwo hinten. Ich hab's noch einen assist. Alles klar. Hm, P. 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 Das ist der Welt. Ja, das kann gut sein, dass du mich noch kriegst. Ich seh wirklich gerade keine Gegner, weil die halt immer auf A gehen. Das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem wirst du meine Fie. Stimmt, letzte Runde. Wir sind 10.000. Ne, vorletzte. Nein. Es ist die 15. Runde. LOL. never change a running system das ist korrekt oder kaum keine entschuldigung sehr gut ich hab nie wieder jemand getötet ja du hast ein bot getötet geil jungen kill is kill sascha sei nicht mad nur weil du tot bist schon wurde geteamkilled ja das ist dein problem hey lol niemand ist auf b es lebt auch nur noch einer ja aber trotzdem der kann ja trotzdem auf b gehen ja dann push den halt weg zu viel ja ist going b oh lol wow pro player und eigentlich die smoke keine ahnung sinnvollste smoke ever ich lass mal die anderen vor ich will meine das hat nicht kaputt machen da ist er beim werden ja ich hab auch ein kill gemacht ja gut auf das ist zwar leicht aber so ziel aber wo alle ohne hat gesagt er hat gesagt sascha kauf ich auch wie ich bin jetzt 250 ich auch sascha legen wir zusammen für keffler ist so total mäßig ich bete ein bisschen mitte rein ok die drücken hier mit der ganz schön gut du gehst mit oh nein hat mich gekriegt auch kommen achtung die pusten mit ihr jetzt der schott schott nein ich habe ja auch nur gesagt der going short nice einer weg komm hol ihn nice noch einer weg ja es ist nein er ist vor mir ach du penner wegen einem kill ja ja aber auch nur wegen der punkte aktuelle skillgruppe goldnova 3 jawohl rank up hey in so einem spiel aufgerankt zu werden das ist es irgendwie ist das traurig ja schon ein bisschen es ist auch traurig hinter dir zu sein mit 25 und du bist scheiße mit 17,9 ja wir haben gegen den golden over master gespielt war aber ganz mit 6,16 wie kann der noch golden over master sein sascha es liegt einfach daran dass wir zu wenig spielen wann lernst du das endlich ja wir sind eigentlich schon ein bisschen die höhere wir werden ak schätze ich jetzt mal wenn nicht sogar ein bisschen besser boah das klingt jetzt das klingt jetzt voll große fresse und so boah nächstes spiel golden over master boah ansage leute ansage sascha erst mal nächstes spiel wieder in der rank das ist auch schon kaum ja wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da schaut was schönes in die kommentare vergesst nicht beim sascha vorbeizugucken und zu abonnieren und dann hört man sich die tage wieder bis dann tschüss tschüss